Gute Frage aus der Community. Gibt es Ameisen, die keine Winterruhe brauchen und die aber gleichzeitig für Beginne geeignet sind? Und da sind wir schon so ein bisschen an dem Problem. Da widerspricht sich die ganze Sache schon ein bisschen, weil Ameisen, die keine Winterruhe brauchen, sind sehr südliche Ameisen, tropische Ameisen in der Regel, die in warmen Gebieten sind. Das heißt, ihr braucht eine Wärmelampe, das kostet erstmal ein bisschen mehr Strom als jetzt Winterruheameisen. Dann braucht ihr vielleicht eine Wärmematte, ihr braucht ein bisschen mehr Platz, weil so Kolonien in warmen Gefilden in der Regel sehr schnell wachsen. Und ihr habt das Thema, dass die halt auch entsprechende Bedingungen brauchen, wie entsprechende Blätter oder vielleicht auch für spezielles Futter. Insofern widerspricht sich das ein bisschen. Es gibt natürlich Ameisen, die hier nützlich gehen, aber hierfür würde ich euch empfehlen, wenn ihr beim Händler anfragt, zum Beispiel beim Endstore, ruft mal an und fragt mal, welche Ameisen sie euch empfehlen können, die keine Winterruhe brauchen. Die geben euch da sicher einen guten Tipp.